Hey Leute, wir sind hier wieder bei der Rap am Mittwochschlange, die ist wieder ziemlich lang, ja? Hey, und wir verlosen wieder zwei Freikarten an einen mutigen MC. Gibt's den da irgendeinen Rapper oder so, der Bock hat zu rappen? Du, ich kenn dich doch, du warst mal in der Cypher, wie heißt du nochmal? Frischemann. Frischemann, hau mal ein paar Bars raus, Alter, gibt's zwei Freikarten. Okay. Ich kauf mir Dosenbier und füll's in eine Sektflasche ein. Geh vom Spät hier raus und dreh in so eine Dreckskacke rein. Ich steh im Puff, misch mein Fuß am Parkett, ab und steil. Wie teuer soll bei euch so ein Geschlechtsack denn sein? In Türkeland, die war als ohne Fettsack vorbei, der hat nen echt krassen Style und nen Fressnapf dabei. Eigentlich interessiert mich so ein Dreckspackenscheiß, doch sein Hund kackt auf den Boden und ich steig echt wieder rein. Wutsch im Kackehaufen aus und verletzt mich am Bein, steh wieder auf und verteilt an meinen Sektflasche. Der Hund ist Alkoholiker und lächst nach dem Scheiß, ist entsetzt und schreit, da ist kein Sekt drin, du Schwein. Er leckt sich am Ei und streckt sich dabei. Den ersten Naptop X und dann die restlichen zwei, ihm wird schlecht und erspeint einen entsetzlichen drei. Krölt hoch die Tassen und verreckt an dem Scheiß. Lasst uns darauf sportlich eine Runde stoppen, statt zum Hundekackehaufen. Die Verletzten schmeißen ne Runde und auf den Resten scheißen die Hunde. Zwei Freikarten für dich, ich seh dich auf den Strind. Wettelsleute vielleicht auch? Noch nicht. Wir werden sehen, wir werden sehen. Auf jeden Fall richtig geil. Noch mal ein bisschen Lärm vom Frischmann hier, cooler Mann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.